Hallo miteinander, mein Name ist Yves Battliner, ich arbeite als Grosserie-Springler bei der Brüllisauer AG in Ecosrede. Bei uns Grosserie-Springler steht natürlich im Vordergrund, dass der Kunde mit seinem Auto noch wieder zufrieden ist und der im Originalzustand hat, wie er vor einem Unfall. Mein speziellster Arbeitsgerät ist der Multisporter, der braucht mir eine Art praktisch täglich und mit dem die Autos natürlich wieder ausbühlen und in den Originalzustand bringen. Am allerliebsten bin ich einfach Autos rummenschrauben und das ist also ziemlich das, was mir in meiner Lehre am meisten Freude macht. Wenn du an Autos fasziniert bist, einen gerne schrubst und dann ein gewisses Handwerksers-Geschick mitbringst, wäre es doch cool, wenn du den Prof mal anschauen würdest.